Die Teller. Suppentasten. Pasta Teller. Für Pasta und Mystischade. Das ist der große Teller, das soll 32 sein. Mittelteller. Und das ist der Brotteller. Das wird nur beim Eindecken aussehen. Suppentasten. Suppenuntertasten. Pasta Teller. Gemüste Schale. Bisschen kleinere. Das kann man für den schönen Salat auch nehmen. Das kann man für den Obstsalat auch nehmen. Großer Teller. 32er. Mittelteller. Und Brotteller. Brotteller ist der kleinste. Bis zum nächsten Video. Ciao.